hey Leute und Willkommen zurück zu Let's Play für Nummer im Halbstratten Spiel vorzeihten yo so im besten Part verdammt ihr wollt gar nicht was im letzten Part gemacht haben ich hätte gucken sollen ich werde sich das neu finden also wo bin ich zum Teufel noch mal ah ah ich weiß jetzt wie die Video wo wir sind sie sind jetzt jetzt hier glaube ich in irgendein Fabrik Dünns und sie waren in letztes bei einer Maschine Brunis die Stadt was ist auch nicht aber naja okay Prozent habe ich alles zu sich und auch die Jürgen geschult die Europäer sind ein Scheiß Code ist irgendetwas ist ja was ist ja was ist ja was hm so hier finde ich nix da auch nix ja die schwebenden Papier Stapel wo es auch so was sie gehen kann braun Woll weißt du gut dann geben wir mal wieder zurück wir suchen glaube ich nochmal die Maschine auf ah ja schon wir sind ja die Dock ist wieder da einfach hin so oder war einer hallo man hallo man hallo man hallo man hallo man und tschüss renn 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 klick 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 und tschüss so geht es so geht es abmachen so jetzt sind wir wieder bei der Maschine hier muss die Sammelschwemme sein an der die Feldschufe aus der Mühle gesammelt verarbeitet so mit diesem kölben können könnte jeder einzelne knoppen im menschlichen körper zerbrechen das macht das macht alle nix ah boah nee ey hier so ein scheiß Rätsel ja ähm was macht die ach so ah ok jetzt haben die noch was gemacht oder hallo hey da hast du gerade was gemacht ach ey scheiß Rätsel man ist ja nicht irgendwie eine Betriebsanleitung oder so keine nein warte mal ist das ja naja ist nur eine Anzeige die man auch nicht lesen kann dann kann ich hier rein nein da kann ich nicht rein ja wer ist es gewesen wer gesagt sogar verständere schon tun e kriegst das probieren eigentlich das macht jetzt wieder gar nichts ach ok erstmal F reingucken ok ja ich muss 100% da hinten hin 100% ich muss noch da hinten aber wie das hier kann ich den normal zu bringen aber ich muss hier das zurückkamen na super dankeschön ah ok ja oh ja ich bin zu gut ok ich hab's Leute durch da durch da durch die diese scheiße wie sie gelöst oh ja nur die Bilder an meinem Gedächtnis können sich mit dem vergleichen was du jetzt wohl siehst nachdem der Strom wieder fließt ich wünschte ich könnte jetzt dort bei dir sein aber die Zustände erlauben solche vielleicht kannst du bald etwas in der Sicht tun aber sag bewegen sich inzwischen die Förderbänder im Raum der Felsen ich glaube ich weiß wohin sie führen ist es eine Art Himmel oder Utopia ja warum sagt er was ich werde jetzt mal abgesperrt ja und wie kann ich es öffnen also jetzt geht sie nach da oben ähm ich muss wieder Minecraft spielen da spielen wir halt eben wieder Minecraft so ähm und dann wenn ich das drehen könnte ey oder wenn ich mal wüsste wie ich mal wie man das drehen könnte das ist ja irgendwie nicht erklärt oder kann man wie ist jemand überhaupt das oh warte mal wo war nochmal Garry's Mod ah da war ah bei er war Garry's Mod nein nicht für öffnen Gott nein so ich hab's ok und jetzt wir rauf ei alter alter boah geht doch hier ist jetzt geht auf ne Leiter ran warte was bleibt drauf die Leiter schaut nicht sonderlich gut befestigt aus vielleicht kann ich die irgendwie unterflüssen ey wenn ich jetzt einen Stein darauf werfe und die Leiter runter fällt Alter ja schneller ach ach so ok so war ja das das mit dem Fesseln ein guter Gedanke so ich hab's ähm ja geile Physik haha geile Physik auf jeden Fall ey ja jetzt geh an die Leiter ran hallo danke geht doch so auch der Stein da war so es geht doch da oben es geht auch hier längs und hier ist ein Scheiter ich frage mich was passiert wenn ich die Tauchdrücke ah gut das hat sich da geöffnet wieder nein ah Mist wofür das hin wenn ich der Stein rein tue macht sicher auch nicht viel Sinn aber ich weiß wofür ich dir die Fester noch gut gebrauchen könnte dafür und doch mal Zeit ist fast zu sicher das ich dann wir müssen die Fester um ja damit es halt eben hier nicht mehr geht oder es gleich geht auch gut kann man jetzt das machen oder so oh nein kann es gehen das finde real ok bisschen hier oben sieht's kühl oder schaubig aus weiß nicht was sein soll oh nein kannst du solche Dinger inzwischen sind wir gute Freunde geworden ich habe dir meine Zuneigung geschenkt vielleicht kannst du mir dafür etwas schicken schließlich wäre es unhöflich wenn du zu unserer Tee-Gesellschaft mit leeren Händen gehst der arme Rat ist so hungrig er könnte ein Pferd um den Stalljungen dazu fressen doch hier ist Pferdefleisch leider schwer zu bekommen und Menschenfleisch schmeckt zu farte falls du ein vorbeihuschendes Nagetier siehst bringst du mir bitte das knusprige Häppchen als letztes Mal mit ähm ok Philipp denkt irgendwie dass er total durchdreht glaube ich sobald er in ach ey warum fällt mir der Name nicht ein dieser billige verfickte Name die man in jedem Spiel hat fällt mir jetzt gerade nicht ein und ich denke mal ihr wisst welchen Namen ich meine ach ähm halt eben den Namen von diesem Ding so warum fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein ey Gott alter die Uhr gibt es auch lang hä ok ok das ist das Fließband was du so von da unten da wo wir vorher waren da beginnt es und zieht es auf ok gut ähm ich bin jetzt wieder runter holen wir uns jetzt den Motor weil das scheint ja drauf wir brauchen Motor und ja deswegen hol ich uns jetzt den Motor nein Motor geh nicht oh nein der Motor ist weg ok so ähm nein ach verdammt so ich bin hier real so Philipp hat es wieder seine 10 Sekunden oder 2-3 Sekunden keine Ahnung denke mal zu 5 Sekunden ja 5 Sekunden bis ich durch bin so ähm und hier ist der gut da so jetzt reich hier drauf muss ich da da unten hm ich weiß nicht hm ok hier fehlt von Anleitungen ähm ok einfach mal je nachdem unten mal sehen was passiert waa ach 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 ich stehe ok ich muss den Weg als erstes herausfinden und dann muss ich den Weg also muss ich immer wenn der Gas das Gas aufhört dann immer ein Feld weiter nach vorne warte erstmal gucken ok da dann 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 da ok ich hoffe ich hab's mir gemerkt oh nein ich weiß schon jetzt nicht mehr fuck fuck jetzt ah mist nochmal komm ja hm 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 bin jo mi ich so ja ch und Nummer und da lang dann da dann da und da und dann da okay so so bleiben warten weiter gedank nein ich bin einfach zu weit gegangen scheiße ey so komm nein 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 das war so früh Gott ich wusste jetzt auch noch dass es zu früh war aber erst später ey Gott verdammt okay nochmal so warten weiter 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 und ich bin durch ja ich habe zu trauen ihr könnt gar nichts ihr könnt gar nichts ihr seid noobs ihr seid als richtigen noobs so oh die Tür klebt nicht klar ey das ist doch okay sie geht weiter äh schrauben sich vielleicht ja ich sollte genauer denken deswegen sind die auch überall schrauben dann an vier genau ich sollte genauer nachdenken keine Ahnung wie das funktionieren soll mach einfach irgendwas nein das ist so nicht wichtig doop doop ja jetzt drück ähm ja doch stimmt ich bin zack so es hat er wieder hier seine paar sekunden wieder oh nein ist hier drüben okay gut äh spielen wir jetzt zurück die Räder drehen sich noch natürlich so aber Leute ich mache hier erstmal Schluss für das erste sehen uns dann das nächste mal wieder wenn es heißt let's play für nur beim hype schatten bis dann euer seo und fp tschüss ich ja ich habe Vielen Dank.